hallo meine lieben diablo freunde und blizzard freunde ich grüße euch ich weiß gar nicht der wievielte tag heute ist der fünfte tag oder der sechste tag oder der siebte tag ich weiß es nicht was steht hier man das kotzt mich an ich habe hier kodex ich will hier nicht neue aktivitäten findet die erste rune das ist das quest was wir jetzt machen werden und ich muss mir die tastatur wieder ein bisschen ranziehen also ich denke mal ich werde heute etwas weniger als eine stunde hups spielen ja komm hier weg da weg ich habe bilds habe ich schon eingestellt diese ach so das ist das ist ein dämonen das war ein nekromant ach gottchen findet die erste rune nein ich will doch gar nicht die lampen anmachen irgendwo sollen hier das kriege ich doch nicht hin das habe ich doch schon probiert alle lampen anzumachen was war stand da zündet alle lampen an aber im text stand irgendwas ich soll wartet mal die startet enthält die macht der drei runen und jede von einer einzigen prüfung bewacht weitere details werden die neuen lichter gibt gibt es gibt es ein hinweis tägliche belohnung errungen das ist doch schon mal gut kommen dass ich habe keine ahnung kann man hier noch raus laufen ach die energie kugel könnte ich natürlich auch mitnehmen ich muss mal hier suchen vielleicht finde ich ja irgendwo noch ein hinweis da unten zum beispiel was ist hier mit den rollen nee nix hier hier auch nix hier ja stratego warte mal kann ich stratego fragen gruppe freunde wie kann ich denn jetzt hier den stratego fragen ob der mit mir eine gruppe bilden will keine ahnung kann ich den anklicken kürzlich nee ich habe keine ahnung jetzt hier irgendwas was für ein ereignisgebiet wird verlassen was für ein ereignisgebiet ereignisgebiet wird verlassen ist hier ein ereignis was für ein Hm. Obtaining the runes may require some wit to accomplish. Good luck. Aha. Ja, super. Ich weiß doch gar nichts mehr. Oßer, dass er mir hier irgendein Quatsch gesagt hat. Hm. Aber hier ist nix. Oh, okay. Hm. 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 Okay, die machen sich immer gegenseitig aus. Das ist wie ne Art Puzzle-Spiel. Jetzt ist nur noch eine. Jetzt sind die wieder aus. Na super. Jetzt ist nur noch eine an. Scheiße. Hm. Jetzt sind drei wieder aus. Mann, 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 Mann. Ey, ich krieg das nicht hin. Hm. Okay. vielleicht kann ich da im internet was rausfinden was haben wir denn noch dungeon schließt das ende der zerstörung ab so er ist alle vier ecken entzünden und dann die mitte okay das probieren wir mal vielleicht geht es ja doch erst alle zurücksetzen also mal wo sind die scheiß lampen jetzt nie mann ist gar nicht so einfach alle vier ecken ach eben die rune ich habe es geschafft leute ich glaube es ja nicht platziert die rune wo denn wo soll ich die denn platzieren ich habe es geschafft das ist ja cool hier findet die zweite rune die zweite rune wird hier hier Heald. Vielen Dank. Oh ja! also man muss sich die texte doch mal durchlesen da kommen die heilungs holen wir uns noch obwohl wir voll drauf sind das war eigentlich quatsch was war das denn der sechste tag ohne inspizieren ja super was machen wir denn hier verfluchte ohne untersuchen spiegel nach unten schieben wie denn um die rune zu beleuchten ach so oh gott warte mal da kommt das licht her es geht dahin jetzt geht es dahin okay das müssen wir schon mal jetzt geht es dahin wo geht es denn jetzt hin hmm ah und jetzt nehmt die rune okay sehr schön was sagt die uhrzeit 18 minuten so so Das war's für heute. Das war's für heute. Öffnet, platziert die Rune. Okay. The Master created me to ensure his library's continuance. It is a dull, but vital task. The Central Core serves as the heart of the library and maintains its defenses. Don't break anything, unless I tell you to. Just as I thought, the Core is dormant. Hold while I reawaken it. It didn't work. I hate it when things don't obey my command. Ah, yes, of course I've been. Those that have not been for you. Those make it. Has it been damaged? Findet das Handbuch des Meisters im Quell des Wissens. Da habe ich nichts bekommen, aber das sieht ja hier gruselig aus, lauter Zeff, Letzte Blutverschmierte. Huch, ich wollte eigentlich zum Schreien. Alter Licht, das war's schon. Okay. Ein neuer Wegpunkt. Da stand gerade ein neues Ereignis. Ereignis. A seeker of knowledge. Yet knowledge has a heavy cost. And what would that... Acquire the knowledge of the ages. Ereignis. 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 bekämpft Ehrengarde so wie geht es weiter wir müssen ach so ja klar wir müssen dem das buch bringen das ist ein golem extract die essenz der leben und die kühle ein einfacher Plan ok na super Simple plan. I don't know. Was ist das? Essence you require yes exam sorry uh an advanced unnecessary farewell ally give curator regards okay Fertigkeiten wo war denn das jetzt hier jetzt war er da ja 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 Ein Solo Dungeon. Öffnet das Inventar. Mann, ich will das nicht öffnen. Kann ich hier rüber laufen oder was ist das hier? Kann ich hier überhaupt was machen? Mann, ich will das nicht öffnen. 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 Hm, sammelt die Überreste des Wächters ein. Sucht nach dem Ausgang. Na, hallo. Zudem. Zudem. Künstler. Magische Energien unentwickelt. Teleportation ist eine Art. Es funktioniert. Jetzt schauen wir, ob dieses Chaos-Engine kann die Lebensstrahlung zu schaffen. Achso. Die Lebensstrahlung. Die Lebensstrahlung. Die Lebensstrahlung. Die Lebensstrahlung. Knieg vor der Licht. Die Lebensstrahlung. Die Lebensstrahlung. Die Lebensstrahlung, die können kreisende W USSges? Die Lebensstrahlung. Die Lech Ansichtstrahlung. Die Lebensstrahlung. Achso. NICE Wieso Wo bin ich denn jetzt Muss ich nochmal neu aktivieren Erstmal aus Und Das war's. Das war's. Haben wir es jetzt geschafft, oder was? Ich weiß es nicht. 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 I will deal with He's been weakened We must use the soul stone What is the strength of man gegen die Hölle selbst! Verdammt! Alles, was bleibt, ist ein Schroer! Zultan, fange die anderen durch die Vallei below. Ich werde Teleportieren in Bael in Bias-Time. Das Brazen-Fool hat keine Ahnung, was er macht. Komm mit mir, schnell. Dann, ich mich öffne den Weg. Oh, nur 3 Minuten Zeit. Sagt insgesamt die Zeit, 46 Minuten. Sagt, 4 Minuten. Mehr Hellflame zu entfernen von unserem Weg. Sehr gut. Interessant. Diese Wände ist viel stärker als die anderen. Guard mir, während ich es verletze. Das ist viel stärker als die anderen. 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 Jetzt, wir kommen uns zur Ratsache und Endeffekt. Wow. Just in time, my friends. Ich will tear you apart. Das ist viel stärker als die anderen. 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 so ich denke mal das war ein cooler abschluss wir sind ja erst bei 52 minuten aber werden wir uns noch die belohnung abholen da ist doch noch mehr so erreiche stufe 40 ist das nächste ziel es ist das hier wollte ich hier hin oder wollte ich ja nicht hin ich weiß es nicht es ist das denn ups ich glaube ich wollte hier gar nicht hin der terminus ich weiß nicht wo bin ich denn hier ich habe keine ahnung ich weiß es einfach nicht ach so das war der rückweg in dieser zone hat sich ein hort geöffnet ja ein hort ist das etwa sehr schwierige monster ja 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 ich weiß es nicht ich gucke erst mal hier rein was ist denn das wie viele ringe kann man denn hier tragen ist ja nicht mehr normal so jetzt habe ich schon wieder irgendwas gold player versus blazer ich will eigentlich zurück wie komme ich denn jetzt hier zurück wegpunkt des sumpflandes komme ich dahin komme ich dahin irgendwie oh scheiße so eine kacke ich glaube hier sind eine million monster nein ich bin in der falle noch mal auf der karte gucken teleportation scheiße teleportation geht nicht so wo komme ich jetzt hin nirgends wohin geil wozu bin ich hierher gekommen so jetzt gucken wir ja noch mal hier ist das portal ich bin da ich will zum schmied man was ist das denn hier was so 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 das mache ich mal noch das mache ich mal nicht so ich würde sagen dann war es das habe ich noch irgendeine neue Fertigkeit irgendwie bekommen und wann kriegt die nächste heiliges banner 38 ok bestrafen oder heiliges feuer so so ok leute also das war es dann von mir für heute ich sage tschüss bis bald euer quantus so 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 Vielen Dank.